Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Infinite World, ich bin's der Black. Ja, wir haben in der letzten Folge hier angefangen zum einen unsere Ender-Lylisid-Form zu Ende zu basteln und zum anderen natürlich hier unseren Gang mal mit vernünftigem Weg auszustatten. Ob wir das hier noch machen, weiß ich nicht, müssen wir gucken, aber nicht heute. Was wir aber auf jeden Fall machen könnten, wäre zum einen den Weg hier hinten natürlich noch und zum anderen, ja, erst einmal die nächste Turbine. Deswegen gehen wir mal kurz hoch, laden alles, was wir nicht brauchen, raus. Und das betrifft, ja, jede Menge Zeugs. Das raus, das raus, das raus, Marmor kann raus, das, 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 das. Äh, 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 das Eisen erst lassen wir mal drin, das kann unten rein, das kann hier rein. Die Item-Leitung brauche ich auch erstmal nicht, bemalten Glowstone, das raus. Die Endertruhe auch erstmal. So, bemaltes Glowstone. Die Endertruhe müssen wir übrigens nur anschließen, ich bin mir dessen bewusst. Ähm, kriegen wir aber hin, denke ich. Äh, so. Äh, Energieleistung ist okay, Ender-Perle raus. Ähm, das Ding auch dahin, 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 dahin. Die Erde brauchen wir auch nicht. So, also wir brauchen erst einmal, äh, Ludigrid, da hatten wir ja noch ein bisschen was gemacht. Ich brauche zwei, nicht, ich brauche 32, so. Nicht 36, ne, ist egal, komm, scheiß drauf. So, und dann, äh, Turbine. Turbine. Wird Zeit, die letzte Turbine zu machen. Das heißt, wir brauchen hier, äh, Turbinengehäuse, einen Stack. Ein Stack, ein Stack haben wir, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Äh, die vier gehen wieder rein, die werden nämlich zu Turbinenglas. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Äh, als nächstes benötigen wir, äh, ein paar Rotorschöfte. Ich bin gar nicht sicher, ob wir oben noch welche haben oder nicht. Die Turbinenrotoren machen wir auch nur einen Stack erstmal. Denn es ist ja voraussichtlich sowieso, ein Stack ist was anderes. Es ist voraussichtlich ja sowieso die letzte Turbine, die wir, äh, craften. Hallo? Jetzt. Dankeschön. Äh, die letzte Turbine, die wir craften. Und insofern ist es eventuell gar nicht notwendig, es zu übertreiben, ne? Ähm, das hat, das hat mal, das hat mal. Ja, äh, Turbinenglas haben wir, äh, wir haben das. Wir brauchen natürlich einen Turbinenströmanschluss, selbstverfreilich. Wir brauchen zwei, äh, Flüssigkeitsanschlüsse, wobei wieder ein Eimerchen fehlt. So. Und, äh, so. Wir benötigen einen Turbinenlager. Und wir brauchen einen Computeranschluss. So, äh, und, äh, natürlich, ähm, den haben wir ganz vergessen, wie ich es hier sehe. Eine Turbinensteuerung. Soweit, so gut. Äh, wir müssten jetzt alles haben. Mhm, 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 schauen wir einfach unten. Nun. Und deswegen gehen wir jetzt runter und gucken mal, was noch fehlen könnte. Erstmal hier hinter. Ja, die letzte Turbine hat sich gut hingestellt. Äh, wie steht denn hier die Anschlüsse? Die Anschlüsse stehen richtig, das heißt, ich habe das auch schon mal richtig gemacht. Äh, und, ähm, ja, natürlich ist die hier oben eingebuddelt irgendwo. Das heißt, wir gehen mal kurz hier hoch. Holen uns vielleicht mal eine Fackel noch ins Inwie. Äh, setzen hier direkt mal eine Oben drauf. So. Und dann buddeln wir uns mal frei den Weg. Ah, sehr schön. Hopp. Alles, was geht, rein. Äh, was brauchen wir nicht? Die Erde brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. An der die gleich gar nicht. Aber sonst war da nichts. Wir haben alles andere mal eingesammelt. Okay. Na gut. Äh, dann würde ich mal sagen, äh, runter. Da geht's runter. Hier hinter. Und hier natürlich die nächste Turbine angefangen. Und zwar, welche Richtung? Von da nach da. Heißt, im Klartext. Wir brauchen mal, äh, hier, dich hier. Eins, zwei, drei. Dann kommt hier Leo hin. Ne, Leo kommt oben drauf. Leo kommt oben drauf. So, oben ist richtig. Sepp. Muss man immer ein bisschen überlegen. Äh, Turbine. So. Damit ich immer weiß, was ich wo reinzusetze. Äh, also die kommen hier hin. Äh, die kommen hier hin. Und die, die kommen hier hin. Und die waren falsch. Die kommen nämlich hier hin. So, so ist richtig. Okay, dann das Glas. Natürlich. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und, äh, die, äh, 24 Rotorschäfte. Da haben wir mehr als genug. Die haben wir auch noch mehr als genug. Hätte ich wahrscheinlich nicht mal einen ganzen Stack machen brauchen. Aber ist egal. So, zwei Turbinenanschlüsse. Dann der Stromanschluss. Äh, der Computerport. Der hier. Die Turbinensteuerung. Und das Rotorenlager. Ja, okay. Dann starten wir das Ganze. Und die letzte Turbine, die wir vermutlich brauchen, wird gedruckt. Sehr schön. Finde ich toll. Finde ich sehr gut. So muss es laufen. Und vor allem, das wird jetzt einfach so nebenbei gemacht, ne. Ich muss die Dinger nicht selber aufbauen. Nein, das macht hier mein Turbinen-Drucker. Finde ich eine tolle Sache. War schon eine coole Idee, das zu basteln. Und es macht ja auch Spaß, solche Programmchen zu schreiben, muss man sagen. So, das hätten wir erledigt. Jetzt brauchen wir neues, äh, ähm, ja. Neue Labradori-Blöcke. Deswegen gehen wir hier hin. Ähm, so. So. Äh, Labradori-Blöcke. So. Und so. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das reicht erstmal für die nächsten fünf Jahre. Ähm, na, wahrscheinlich nicht, aber es reicht erstmal. So. Die müssen wir natürlich alle noch umschüsseln. Den Meißel habe ich noch einstecken. Sehr schön. So. Was hat hier? Mai. Äh. So, ist richtig. So. Bodenblöcke. Alles auf den Boden drauf. Du da. Du da. Alles auf den Boden drauf. Du da, du da. Nee. So weit, so gut. Okay. Äh, runter damit. Wip. Dann könnten wir hier hinten anfangen zu büden. Ähä. So, hier hinten auch. Weißt du, was wir machen? Wir können ja gleich mal hier gucken. So. 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 Haben das soweit. Und das soweit. Haben das soweit. Äh, jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir halt ein paar Blöcke einzeln setzen müssen. Aber das ist egal. Dann haben wir ja Platz. Wir haben Zeit. Dann muss ich hier dreimal hinrennen. Das geht auch. So. 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 Dann müssen wir dann halt selber machen. Denken wir aber auch hin, denke ich mal. Da bin ich recht zuversichtlich. Wuhu. Kras. Blem. Sehr schön. Das nächste. Das war nicht so schön geplant. Da war auch wieder ordentlich hingesetzt jetzt. So. Und das, äh, dann, äh, verarbeite. So. 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 Hier rein. Da rein. Und damit hätten wir schon mal einen vollständigen Weg nach hinten. Können wir ja mal screenshotten. So. Damit wir auch was haben, was wir screenshotten können. Als nächstes hier den Glowstone. Würde ich gerne weitermachen. Und wir brauchen noch jede Menge Glas, wie es aussieht. Äh, und zwar jede Menge erleuchtetes, klares Glas. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten. Hier soll Weg rein, ne? Ja, hier soll Weg rein. Deswegen ist das hier offen. Heißt, im Klartext, wir brauchen erst einmal ein paar Bernstein-Blücke. Hopp. Bernstein haben wir ja mittlerweile wieder. Ähm. Ähm. Bernstein. Bernstein-Block. So. Die hier will ich haben. Genau. Wir haben sogar noch 125 im Inventar. Okay. So. Mal gucken, wie weit wir kommen damit. Ähm. So viel war es ja eigentlich gar nicht mehr, was da zu setzen war. Insofern. Schauen wir mal. So. Hier hinten haben wir angefangen. Machen wir hier hinten weiter. Wow, wow. Geh hoch. Eins. Äh, zwei. Äh, drei. Vier. Fünf. Okay. Bäh. 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 Weiter geht's. Das war ein bisschen viel. Aber es hat gewählt. Wir können ja inzwischen erstmal so hier machen. Die Schaufel weg. Meistens brauchen wir sie ja eh erst gleich wieder, wenn ich sie weggetan habe. Äh. So. 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 Und so. Und damit wir eine Verbindung zur Wand kriegen, denke ich wäre es gar nicht schlecht, äh, da eben diese Verbindung zur Wand noch zu machen. Ähm. Heißt im Klartext. Hier aufm rupfen. Eins, zwei, drei. Ja, da hinten haben wir sie auch gemacht. Insofern können wir das machen. So. Okay. Eins, zwei, drei. Äh. Hepp. 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 Äh. So weit, so gut. Äh. Den Teil hätten wir damit schon mal. Äh. Was noch fehlt wäre hier hinten. Ich würde gerne hier hinten nach der Turbine, genau wie hier im Prinzip, äh, noch einmal eine, äh, Dinge entsetzen. Das heißt, wir werden hier auch mal nochmal weg machen. Eins, zwei, drei. Das war vier. Das ist eins zu viel. Ist aber egal. Machen wir gleich. Eins, zwei, drei. Hm. Habe ich da schon wieder vier? Warum hat er da vier weggehauen? Naja. Ist egal. Ist egal. Wir haben es doch. So. Huch. Das war eins zu tief. Hm. Das ist besser. Eins, zwei und drei. Und jetzt hier eins. Hallo. Lass mich mal rauf. Dankeschön. Eins, zwei. So weit, so gut. Dann hier eins, zwei. Äh, drei, vier, fünf. Das war doof, weil ich jetzt hier, ähm, ja, deswegen sollte das Glas dran bleiben. Rrrrrr. So ist besser. Oh, guck mal einen an, wer da hier kommt. Der Turbinen-Drucker ist schwer bei der Arbeit. Eins, zwei, äh, drei. Will ja nichts verlieren, deswegen gebe ich das auch gleich wieder aus immer. Sonst versiedle ich das. Das wäre auch nicht so schön. Guck mal, da liegt noch was. Wollen wir auch nicht versiedeln. Guck mal, wie schön der das macht hier. Find ich toll. So ein Turbinen-Drucker fetzt schon. Kann man nicht sagen. Kann man nicht meckern. So, hier noch einmal. Eins, zwei, drei. Können wir jetzt auch direkt hier drücken weitermachen. Oh, hier fiel sowieso noch eine ganze Reihe. Interessant. Da werden wir dann gleich mal nachschieben. In der Zwischenzeit wird da hinten die Turbine gedruckt. Das ist doch mal ein schönes Bild. Komm, machen wir mal so hier. So. Schön. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Äh, hier aufmachen, da aufmachen, da aufmachen. Lalalala. Dann können wir auch gleich hier auf der Seite aufmachen. So, hier, da und dort. Könnte ich fast mit einer, ähm, mit der Dreier-Türtel-Dingens machen. Oder ihr wisst schon was. Aber, ne, muss ja jetzt nicht so. So. Und so. Und hier natürlich auch nochmal. Ja, hat wieder einen mehr erwischt. So. Eins, zwei. Drei. Hier sind es nur drei. Und sogar auf der richtigen Stelle. Da habe ich gut aufgepasst. Da weniger. Na gut. Bauen wir nochmal ab. Das sollte auf jeden Fall reichen, um hier den kompletten Marmor-Bereich vollständig hinzubekommen. Äh, Marmor sage ich. Den Bernstein-Bereich vollständig hinzubekommen. Äh, Bernstein haben wir ja noch genug oben. Insofern ist alles gut. So. So. Hier wieder weg. Eins, zwei, drei. Lelelelelele. Aber wir haben, äh, langsam wieder ein bisschen weniger Bernstein im Inventar als ich wollte. Macht aber nichts. Wir können ja noch welche holen. Ist ja nicht das Problem. Äh, so. 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 Ich habe ja nicht, äh, oder habe vergessen, äh, dass da offensichtlich noch was gefehlt hat. Aber das kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. Äh, so. Eins, zwei, drei. Und dann die letzten hier für die Querreihe. Ich glaube, hinten brauche ich gar keine Querreihe mehr. Den lasse ich auch einfach weg. Ähm, wir nehmen das Zeug noch mit. Zip, 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 zip. Dann holen uns erstmal nur den Bernstein. Denn da war ja noch etwas zu füllen. Wö, äh. Ja. Wupps. Äh. Hier hinter? Bernstein Diese Blöcke Eins, zwei, das müsste reichen Ich will jetzt nicht zu viel machen, weil wie gesagt Die Bernsteine selbst sind im tiefen Speicher Und die anderen sind es eben nicht Und deswegen, ja, man muss ja nicht Vollmüllen, all das Ich meine, klar, ich habe jetzt genug Speicherplatz für Ja, die nächsten zwei Jahre Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir genug Speicherplatz erstmal, so dass ich da Durchaus sagen könnte, ach scheiß doch drauf Aber man muss ja nicht So, hier war das, ne Hier, genau, hier war noch nicht gefüllt Dann machen wir hier direkt mal weiter Eins, zwei, neun, 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 sechs, sieben, acht, neun Zehn Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Zehn, elf, treuze, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Äh, siebzehn und achzehn Okay, damit wäre der Teil erledigt Was wir natürlich noch brauchen ist Jede Menge, äh, ähm, Enlightened Glas Denn, wie gesagt, im Prinzip soll dieses Glas hier alles Ähm, das soll kein Durchgang werden Ich will hier nicht durchfallen können Ich will das hier alles verglasen Und, äh, das bedeutet wiederum, dass ich hier diesen Block nicht brauche Was soll, was, was soll denn der hier Überhaupt, was ist das denn hier Hallo Wer hat sich denn da schon wieder runtergebuddelt So was Oder war ich das, ich weiß es gar nicht mehr Oder hat einfach nur einer nur geguckt, wie weit das runter geht Ich weiß es nicht Manchmal rätselhaft Äh, da, es ist halt so So, okay Also, erst einmal das raus Dann holen wir uns mal Glowstone Niesen mal ganz freundlich Weil, niesen fetzt Aber, naja, gut Glowstone Äh, ein Stack, zwei Stack, drei Stack, vier Stack, fünf Stack, sechs Stack, sieben Stack Acht Stack machen wir mal Das Stack kann erst einmal raus Und das sowieso So, so Äh Eins, zwei, drei Wie viel habe ich denn jetzt? Machen wir so Und so Und so Äh, und nehmen noch einen Stack mit Der soll endlich hier hin Na, weiß das Ich verrate jetzt keinem, dass ich hier ein bisschen trickse So, und, ähm, Sand Sehr schön Äh, das ganze Gemüse Gemüselisieren wir hier hinten rein Müsste ja eigentlich reichen, ne? Na, jetzt hat er Den Silikon wieder genommen Äh, das soll er natürlich nicht Das Silikon nehmen wir gleich mal raus Das brauchen wir jetzt zu Kroatien nicht in der Form Äh, deswegen habe ich es mal hier hinten rein So Okay Jetzt müsste genug in Lighted Glas Erleuchtetes Glas gemacht werden Ziemlich klares Glas Haben wir auch noch ein bisschen was bekommen Das ist auch toll Aber das ist nicht das, was ich will Wobei, äh Wie viel würden da hier immer Vier Das heißt, ich brauche Tatsächlich noch viel mehr Das werden wir gleich mal sehen Glowstone Okay Die können noch mit hier rein Dann nochmal Äh, Glowstone Weil wir die vierfache Menge brauchen So ist besser Okay Ich meine, dadurch die Glowstone-Blöcke Unten kriegen wir jetzt genug Insofern ist das keine Gefahr Kann ich ruhig ein bisschen verschwenderig Mit dem Glowstone umgehen Und ja, ich will das alles Alles mit dem Enlighted Glas machen Ich könnte es auch mit dem Äh, normalen Quarzglas Oder Ähnlichem machen Will ich aber nicht Deswegen so Okay Die Turbine selber müsste jetzt auch Soweit fertig sein Draußen gewittert es wieder Sehr schön Ja, sieht sehr gut aus Das Einzige, was jetzt noch fehlt Ist natürlich die Das Reaktor-Upgrade Das heißt Wir haben hier Eins, zwei, drei Das heißt, wir müssten noch mal Mindestens drei Stufen machen Jo Ich denke, das wird eine der nächsten Aufgaben In den nächsten Folgen sein Äh, zuerst einmal Wir hatten doch noch Ein bisschen erleuchtetes Glas Einstecken Äh, ich kann ja noch mal hier gehen Gehen Boah, das gewittert aber richtig Ganz schön draußen jetzt gerade Äh, erleuchtetes Glas Ja Nehme ich alles raus Und dann gehe ich noch mal hoch Und gehe mal fenn Ist ja nicht mehr normal hier Das regnet Und richtiges Unwetter gerade draußen Wird Zeit, dass man das verschläft So Sehr schön Viel besser So, dann machen wir mal hier zu Eins, zwei, drei Nehmen uns den Meisel Machen wir mal Meisel Dankeschön Eins, zwei, drei, vier, fünf Sieben, acht, neun Zehn Damit wäre die erste Ebene sozusagen geschlossen Wir machen gleich hier hinten weiter Äh, damit wir wissen wo wir waren Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs Alle war's Hier waren wir Okay Jetzt wissen wir wo wir waren Hier hinten ist noch ein bisschen mehr zu machen Aber das kriegen wir denke ich auch hin Äh, sobald es denn soweit ist Theoretisch könnte man hier nochmal so eine Dinge rein machen Aber auch das Halte ich für Unsinn So Okay Sehr gut Ähm, ja Geht halt dann natürlich nur noch mit dem Fahrstuhl runter Aber das ist ja auch Kein Problem Ansonsten die, äh Seed Farben Ich mach nochmal ein Foto Weil jetzt hier ein bisschen was gewachsen ist Äh, ist auch Läuft soweit Äh, das ist gut Was natürlich noch nicht läuft Äh, das müssen wir jetzt ändern Das werden wir vielleicht gleich noch mit ändern Schnell mal auf die Schnellschnelle Äh, ist Dass wir ein Import-Bus brauchen Import-Bus Import-Bus Da haben wir einen So Und wir brauchen erstmal hier irgendwo Äh, einen Anschluss ans E-System Wo gerade was frei ist Wäre hier Wäre machbar Ja Machen wir dann hier So Oder Mach ich das runter Ich mein, ich könnte es auch hier anschließen Direkt Äh, oder hier oben Ne, die oben ist voll Dann müsste das hier unten sein Äh, könnte das hier reinhauen mit Dann wären da hier drei von 33 Kanälen Äh, 32 voll Dann wäre auch noch Idee Machen wir noch so Äh, und zwar brauche ich dazu wieder die Ender-Truhe Da ist er Die Kohle Kohle Genau gesagt Kohle-Staub Eins, zwei, drei Und, äh, Dias Einer Und natürlich, äh, noch ein normales MI-Kabel Weil ich glaube, die ME Äh, ich Kabel Weil ich glaube, die anderen Läsen sich ja nicht richtig anschließen Deswegen nehmen wir hier ein normales Hellblaues Kabel Da unten ist auch egal, was da liegt Und wie das liegt Insofern ist das okay Können es natürlich auch direkt an die Seite rauen Aber da will ich vielleicht noch was anderes machen Deswegen machen wir das hier Und gut ist es So, einmal hier So, hier ist natürlich kein Anschluss Logischerweise Ähm Ne, wir setzen das noch eins hinter Mal kurz hier nochmal auf Und So, hier Ich wegmachen Toll Äh, die Spitzhacke geht manchmal auf den Keks So, ich müsste alles haben, ne? Hier Energy-Grow Man sieht schon ein bisschen, was ist drin an Energie Schön Flip Äh, lass mich wieder raus Dankeschön Sehr schön Äh, lass Glowstone wieder rein Flip Eigentlich könnte ich es fast direkt hier unten drunter stellen Das wäre ja dann auch machbar So hier Äh, und, äh Stattdessen dann halt hier Äh, das Kabel rumgeleitet Hinten oder vorne Ist egal Äh, ich würde sagen Ähm, wir machen das so Dass ich jetzt, äh Erstmal das Teil hier richtig Ähm Antütel 1, 2, 3 So weit, so gut Äh, dann hier vorne noch Ist noch was drin? Nein, ist noch nichts drin Äh, dann selbstverständlich der Mi-Import-Bus Also so Und so Und damit müsste hier, äh Das auch vollständig Angeschalten sein Können wir mal gucken Ähm Bruchstein hier Ja, den transportiert es raus Transportiert es in unser System Und damit ist jetzt auch die Farm Die Enderperlen-Farm Vollständig angeschlossen Weil vorher war es ja so Hat die in die Enderperle Oder in die Ender-Dingens reingehauen Ähm In die Ender-Chest Die unten steht Hat aber noch nicht abtransportiert Das Problem ist jetzt gelöst Ähm, und, äh Ich denke mal Die Sache ist auch gut so So, was ist das hier eigentlich? Das hier ist nach Reihen transportieren Okay, das war richtig Äh, ansonsten Ähm, gibt es noch irgendwo was Ähm, können wir ja gleich mal testen Transportiert es rein Hier, Energieleitung Ja, transportiert rein Okay Äh, momentan ist das jetzt Äh, noch keine Beschleunigungskarte drin Oder sowas Ich denke mal, das reicht aber Obwohl, nein Wir machen mal eine Beschleunigungskarte rein Haben wir da noch eine Karte Was haben wir denn? Zwei Beschleunigungskarten Sehr schön Äh, das heißt Wir buddeln hier unten nochmal auf War ja hier, glaube ich Ne, war ja nicht hier Aber ist egal So Importbus Beschleunigungskarten So Nur für den Fall Das, ne Weil es kann ja durchaus sein Äh, dass, äh Ja, wir noch anderes anschließen Zum Beispiel Wäre es eine gute Idee Unten das ganze große Zeug Aus dem anderen ME-System Auch irgendwann mal Hoch zu transportieren Äh, zumindest das Was nicht über die Tiefenspeicher geht Und das ist ja Nun wirklich einiges Wenn wir hier mal reingucken Ähm Zum Ehen Äh, jede Menge Ärzte Die muss ich eben noch Umformen Maragderz Jede Menge Meine Fresse Hier hast du zum Beispiel Pulverisierte Kuhle Und, äh Hast du nicht gesehen Auch noch ein bisschen Zyanit Wie es aussieht Und die Kobaltbarren Okay Ihr seid ja oben An das System angeschlossen Ne, ne Jetzt durfte alles klappen Okay Ähm Und so weiter und so fort Okay Damit hätten wir hier Schon wieder Ähm Wirklich was An Platz weggeräumt Hätten hier Wieder was An das ME-System Angeschlossen Das finde ich toll Hier hinten die Ecke Würde ich gerne Sozusagen Irgendwann mal umbauen So, dass hier hinten Nur Zeugs ist Was auch Am ME-System Automatisch Noch mitarbeitet Am oberen ME-System Äh Und, äh Ja, dann müsste man Ja, nicht so viel Stressen Und so Überhaupt Hast du nicht gesehen So, ich wollte mal unten gucken Äh Was, äh Die Türtel macht Dann gehen wir nochmal schnell hin Und, äh Dann, ähm Ja Sehen wir Ja, wie es läuft So, die Türtel hat die Turbine Vollständig hingesetzt Das heißt, da gibt es keine Probleme Was ich noch machen muss Ist natürlich die Anschlüsse Hier von der hier Äh Oder von der hier Besser gesagt Auf die Seite transferieren Ähm Hier bauen wir uns eventuell Noch so um Dass das richtig steht Und zwar Computeranschluss hinten Das könnten wir hier eigentlich auch noch machen Ähm Beziehungsweise Ne, ich lasse sie einfach so Wie sie ist Ähm Hab es dann halt ein bisschen Weiter von angeschlossen Ist auch okay So, das könnten wir dann In der nächsten Folge mit angehen Ähm Muss aber nicht jetzt sein Leute, wir sehen uns Ähm Ja Bzw. ich muss erst mal gucken Das eine Turbine Reaktor Erweiterungsprogramm Das muss ja auch noch her Ja Leute, bis dahin Bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüss 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 Vielen Dank.